Willkommen bei Tolle Immobilien zu unserer virtuellen Wohnungsbegehung in Pankow direkt an der Grenze zum Sene-Kiez Prenzlauer Berg. Nun sind wir oben im Dachgeschoss angekommen, aber keine Sorge. In Kürze wird hier ein Aufzug erregt, so dass Sie die 5 Etagen nicht mehr zu Fuß laufen müssen. Die Dachgeschosswohnung befindet sich in einem Haus von 1919 und das Dachgeschoss wurde 2019 errichtet, insofern handelt es sich hier um einen ersten Zug. Treten Sie gemeinsam mit mir ein. Die Wohnung hat eine Größe von 93 Quadratmetern und verteilt sich auf drei Zimmer, eine offene Wohnküche, ein Bad, ein Gästebad und eine Sonnenterrasse Richtung Süden. In der gesamten Wohnung ist eine Fußbodenheizung verlegt. Bevor wir zum Highlight der Wohnung kommen, lassen wir uns erst einmal die restlichen Räume anschauen. Hier kommen wir zu dem Arbeits- oder Kinderzimmer. Die Fenster sämtlicher gen Süden ausgerichteter Räume sind mit einzeln ansteuerbaren elektrischen Schalousien ausgerüstet und man hat hier einen fantastischen Ausblick über die Dächer Berlins. Kommen wir nun zu dem Hauptschlafzimmer. Dieser Raum wird nicht nur durch das normale Fenster, sondern auch durch ein Oberlicht beleuchtet. Von hier gelangt man in das angrenzende En-Suite-Bad. Das Bad ist hochwertig ausgestattet. Hier wurden Schieferbodenplatten verlegt und wir finden eine Badewanne sowie Platz für eine Waschmaschine vor. Hinter dieser Verkleidung finden Sie die hocheffiziente Brennwertherme der neuesten Generation. Und hier das Gästebad. Ausgestattet mit einer bodengleichen Dusche und ebenfalls einem hochwertigen Schieferboden. Wie auch in diesem Bad finden Sie in sämtlichen Räumen der Wohnung Lahnanschlüsse. Dadurch ist es Ihnen möglich Ihre Idee vom Smart Home umzusetzen. Das Herzstück der Wohnung ist der geräumige Wohnraum mit der offenen Küche. Hier können Sie Ihre Vorstellung von einer Traumküche verwirklichen und die Küchenzeile nach Belieben ausbauen. Das Highlight der Wohnung. Die sonnige Dachterrasse mit Südostrichtung. Von hier hat man auch bei einem Sundowner einen fantastischen Blick über die Dächer Berlins. Hier liegen bereits die elektrischen Anschlüsse für die Außenmarkise und die Beleuchtung vor. Die Wohnung befindet sich in einer wenig befahrenen Seitenstraße. Hier bekommen Sie kaum etwas vom Verkehr mit, haben aber trotzdem eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Vor der Tür finden Sie alles, was Sie für das tägliche Leben brauchen. Verwirklichen Sie sich Ihren Traum vom urbanen Wohnen im Herzen Berlins. Wir von tolle Immobilien freuen uns auf Ihren Anruf. Ich bin einverlet. Ich bin einverlet. Ich bin einverlet. Vielen Dank.